So, und da sind wir bei der Wart. P-dap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Finde ich auch. Muss ich dir echt rechnen? Ist echt so, ne? Also, ist ganz cool, finde ich. Ja. Kann man so machen. Weil man besorgen wird. Richtig. Ja, ja. Du guckst ja das nicht an, ne? Du bist so völlig desinteressiert, so voll scheiße bist du. Ja. Ja. So sieht's aus. Endlich einer, der die Wahrheit sagt. Ja, ich bin, ich bin so einer, der so, so, so Sachen macht. Ach, mit Lapis, da haben wir noch genug von. Ja, mit Lapis mache ich manchmal auch Sachen. Oh. Wenn du nicht alles verschwendet hast. Verschwenderisch, wie du bist. Du hast doch nicht alles verschwendet. Wenn du nie was verschwendet. Nein. Alter, du hast alles Glas genommen, du Bitch. Wir haben doch noch genügend Sand. Ja, es geht ums Prinzip, ja. Ja. Nur weil du zu faul bist, dir in den Sand trägst. Ja. Es geht einfach ums Prinzip, Mann. Nein, okay, es ist ja alles cool. Ne. Okay, nur unsere Massentierhaltung soll endlich fertig werden. Ähm. Was? Nichts. Red einfach weiter. Äh, wir machen eine tierfreundliche Massentierhaltung. Äh, ja. Klingt low, gell. Ist so. So, ich fliege mir eben schnell rüber in die Wüste. Mit meinem Mega-Jetpack geht das ja ziemlich schnell. Und baue hier mal ein paar Kaktussen ab. Wieso sind die hier alle schon abgebaut? Wer war hier am Werk? Und mein Handy kriegt geklingelt. Ich glaube, Phipps hat sein... Ich weiß, was du nicht hast. Phipps hat sein böses Machtwerk hier verendet. Ja, ich wusste, dass du Kakteen brauchst. Ich habe sie dir alle vor der Nase weggeschnappt. Ist so. Und diese Spinne soll sterben, verdammt. Eine Kakteen-Farm mache ich dann auch nochmal. Das dürfte ja mit einem Harvester funktionieren, glaube ich. Ich glaube, ich baue das Dorf weiter. Super Plan, Phipps. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß. Ich weiß. Ich baue dann trotzdem noch eine Kaktus-Farm. Machen wir da hinten, wo wir jetzt die, äh, im Prinzip die neue... Nein. Ja, die neue Area haben, wo wir da auf die Erde hingeklatscht haben. Machen wir dir die ganzen Farmen hin, die automatischen? Wenn du sie nicht hässlich baust? Nein, die werden richtig geil. Wenn du sie nicht erstmal Wege bauen lässt, dann ja. Die werden richtig, richtig geil. Wenn du mich erstmal Wege bauen lässt, ja. Ja, krieg ich ihn. Eventuell. Jetzt hast du keine Chance. Ähm. Was? Aua. Warum greift die Spinne mich an? Ich werde gehittet. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, aaaaaaah. B. Ich komme ja nach Hause. Hier ist scheiße. Ach nee, warte mal, wo geht's denn nach Hause? Ich weiß es gar nicht. Warte unten. Hä, hast du keine Dinge? Ja doch doch. Keine. Ich habe mir sogar mal einen Wegpunkt gesetzt, der heißt Hashtag Neuland. Und da gibt es die neue, neu generierte Welt von Techit Classic mit den ganzen Portalen und das Ganze. Heißt du? Ich kann dir nicht folgen. Naja, da gibt's die ganzen neuen Rohstoffe und die ganzen neuen Portale und dies, das weißt du. Ach so. Und da baue ich ja auch demnächst mal ne Portaltür hin. Ne Portaltür. Eine Portaltür. Potato. Ey, was brauche ich denn jetzt? Ne Marble für den Weg und... De 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 de... De... Marble. martin hier hat 256 haben wir gar nicht sein das geht so nützt 52 so kommt rein wie jetzt habe ich jetzt hier ja ich habe die einfach nur golden transport haben gesetzt ich bräuchte war eigentlich waterproof pipes you know und jetzt ist er little bit stupid because i must abbauen ist und es ist unter wasser ich komme ich komme mit ich komme mit um sammeln ich sie auf oder haben wir so viel rohstoff nämlich ich nehme sie mit was denn jetzt lass mich da drauf okay dass das ding will mich verarschen wie jeder will dich verarscht du müsstest dann mal mit deinen safari netzen demnächst hierher kommen und die sind in der inhalt dings glaube ich ja du kannst mir ja trotzdem helfen weil sonst bist du ein noob nee du weißt gar nicht was hier abgeht du willst mir doch helfen du hast doch immer nichts zu tun wer beschwert sich denn immer ich hab jetzt was zu tun ich hab jetzt was zu tun hast du eh nicht ich verschöne jetzt unsere stadt stadt unsere town yo yo genau das machst du das mache ich das machst du das machst du toll ich weiß ich wollte auch nichts anderes hören okay hier stehen schon mal die sewage collectors bereit auf der einen seite da muss ich jetzt aber auch noch die andere machen ich war noch mehr kackteen ach manu irgendwie habe ich keinen bock da drauf aber es muss ja sein wir wollen ja was zu essen haben du kannst ja auch in die ecke gehen und weinen also das wäre auch eine option ich könnte es aber lassen das wäre aber witziger nein wäre es nicht nein schlag dir das einfach aus dem kopf man das wird nie passieren was eigentlich hier unten wo unten doch egal ja schon gut nein jetzt würde ich es wissen jetzt ist mein jetpack leer toll jetzt kann ich es dir nicht zeigen hast du ganz toll gemacht pfips hol mich hier raus ich bin ein pfips nein pfips hat es nicht verdient rausgeholt zu werden dann weiß ich ja wer jetzt nächstes sterben wird welches haushalt nächstes brennen wird ist mir egal ich habe meinen keller in meinem haus steht nichts drinnen kannst du gerne abbrennen es gibt doch noch tnt überlegs dir warum habe ich jetzt auf zwei dann baue ich meinen keller bomben sicher dann bombe ich deinen keller sicher hör einfach auf zu versuchen die dicksten eier zu haben du schaffst es nicht ich wollte einfach deinen satz umstellen ja du satz umsteller du ja voll die harte beleidigung mit sternchen ah kacktienfarm ist so ne tolle arbeit das ist nicht einfach mal random fuck you ist doch cool was hast du du solltest echt mal zum sicher hast du dir schon mal drüber nachgedacht deine aggression behandeln meine aggression wo bin ich denn aggressiv vielleicht hast du ja sogar vielleicht hast du ja ein magengeschwür ja genau dadurch kommen aggressionen ja logisch nein das magengeschwür kommt durch aggression das ergibt schon mehr Sinn ja siehst du nein das dürfte jetzt aber reichen von den Kaktussen her ok ich hab genug wo muss ich denn zurück ich bin so schnell ne what the fuck da lädt sich die Welt noch nicht mal unser Lava-Turm läuft auch fleißig der ist übrigens bald leer glaube ich Lava-Turm ich hab dir einen langen Brief geschrieben dass dich alle Kinder lieben oh ich mag diese Sendung immer noch ich freue mich schon wieder auf Weihnachten zum einen weil es da kühler ist als jetzt und zum zweiten nein am Weihnachten läuft das nicht es läuft immer nur die 23 Tage vor Weihnachten ja gut aber Weihnachtsmann und CoKG ist eine tolle Sendung wirklich immer noch ich hab sogar noch Weihnachtsmützen im Schrank Weihnachtsmützen ja Weihnachtsmützen sind cool Weihnachtsmützen sind einfach nur episch du bist ja wieder nur zu cool eine zu tragen ich mag allgemein keine Mützen doch eine Mütze hab ich eine Mütze hab ich sag bloß so jetzt guckst du kommst du jetzt her sonst bin ich böse ich bin doch die ganze Zeit hier ach so hi verarschen was geht jetzt schau dir das an hier was denn ich will deine Kakaoüfenfarm da nicht sehen so jetzt mach ich hier noch ein zweites Stück Glas drüber dann können wir da schon mal die ersten Schweinchen rein tun wollen wir da nicht was viel schöneres rum tun ich hab nämlich was viel schöneres was denn farbiges Glas du kannst machen was du willst aber also ich weiß jetzt nicht wie es aussehen würde ich hab rot und blau na hast du genug davon ja und wenn nicht ich hab immer noch was von dem Zeug wie man es herstellt bin gespannt also fertig produziert NEIN oh ok 2 rote 2 blaue stacks also wenn du irgendwie probleme mit monstern hast frag mich ghostbusters ghostbusters ich glaube ich bin im falschen film was machst du genau davor jetzt wo vor da wo du bist was machst du da achso den weg mache mit deinem Glas Mann ich will hier weiter machen aaaaaaah aaaaaaah achso ne bau erstmal weiter ich mach das später denn ja ich kann ja nicht weiter bauen wenn du warum nicht ich will ja erstmal das mit dem sewage collector sitzt ja dann hol dir das Glas ab wo denn dann mach du eben das Glas in meinem Haus komm eben mit wir haben mich einfach eiskalt überholt das kannst du da haha ja ich find's geil genau da drin doch lol äh machen wir abwechselnd machen wir unten ne blaue Schicht und oben ne rote können wir gerne machen könnten wir thorn haha ich fand's krass haha was ja mhm oh ich hab mein Fenster offen ja ich hab's gehört du hast schon ne lustige Familie hier es war ja nicht mal meine Familie es war ja das lustige es war auch meine Nachbarin ja deine Nachbarin ist auch lustig sind alle lustig ey das sieht geil aus what the fuck zieh dir das rein Junge ey Spinne Vorsicht tot nimmst du jetzt das bunte Glas ja oh oh der Junge geht ja auch kaputt dammit na gut egal aber falsch gesetzt Alter was machen die denn da haben die Sex im Freien auf jeden Fall ist es kommt wieder ganz stark in Mode ich wege es in ich ziehe es in der Wegung ich genau das wollte ich sagen ich weiß ich hab dir nur aus der Scheiße geholfen gerade jetzt hört mir aber auch wieder warm ich muss ehrlich sagen ja es ist schrecklich lass uns über das Wetter talken äh talken 40 Grad äh ne hier nur 28 ich hab hier so'n kleinen Mini-Ventilator stehen irgendwie hab ich aber das Gefühl dass er in den letzten Tagen immer schwächer wird ähm so das dumpfe Gefühl ja das mit dem Glas sieht naja eigentlich ganz geil aus Dieterich aus Dieterich er ist Dieter lebt er eigentlich noch ich weiß gar nicht wo wir den hingebaut haben ich auch nicht scheiße wir haben mir den glaube ich noch gar nicht hingebaut oder ich weiß es nicht so äh wie komm ich denn am besten an die Endertruhe beziehungsweise äh wir hatten doch Probleme hier mit der Konnektivität ja hatten wir du musst mir die mal geben ich hab kein Enderback mehr muss ich mir mal bauen irgendwann Zombie ich bin beim Weg bauen ja komm hui bäm du hast dir ausm UU Meta auch schon äh hier das was du für deine Rüstung brauchst gemacht oder? ich hab mir nur die Quantum Sachen gemacht da bitte na das da brauchtest du doch hier wie heißt denn das äh das Dings da da dran hab ich mir noch gar nichts gemacht ich hab nicht mal diesen Tisch du hast da letztes Mal irgendwas dran gemacht na was hast du denn jetzt grad für ne Rüstung? mhm die Quantum nicht die Power die Quantum ist wie du grad gesehen hast noch im Enderback äh ja ja aber die Quantum da braucht man noch dieses Iridium für genau und das hast du dir aus UU Meta gemacht? ja guter Junge guck mal hier da kommt die Scheiße angeflossen logischerweise mhm mhm lecker mhm 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 da kommt die Scheiße mhm 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 ja mhm mhm tschüss Du weißt, weißt du was ich meine? Ja, 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 weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du es! Weißt du es! Bye bye, tschüss! Tschüss!